Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wir machen nach langer Zeit mal wieder ein paar Fragevideos, inshallah ta'ala. Die erste Frage ist, darf ich über meine Socken streichen? Und wenn ja, wie mache ich das? Grundsätzlich gibt es kein Ikhtilafat oder keine Meinungsverschiedenheiten, wenn man über den Kuff, über diese Lera-Socken, die jeder kennt, die man auch in der Hatsch oft erst sieht, drüber streicht. Die gehen bis über die Knöchel und sind fest. Wenn man da im Voodoo-Zustand reingeht, dann gibt es kein Ikhtilafat oder andere Madaheb. Was die Socken angeht, gibt es Meinungsverschiedenheiten. Ich persönlich folge der Meinung, dass man auch über die Socken streichen kann. Inshallah ta'ala ist kein Problem, dass man über Socken Mess machen kann. Wie kann man das machen und was ist das? Also wenn du jetzt Voodoo gemacht hast, ganz normal, und jetzt, sagen wir mal, jetzt kommt die Winterzeit und es ist ziemlich kalt und dass du jetzt jedes Mal deine Socken aussiehst, ist ja vielleicht ein bisschen zu kalt oder du bist auf der Arbeit und es ist ein bisschen stressig mit den Socken ausziehen, dann machst du, wenn du am Morgen Voodoo genommen hast und die Socken anziehst, die Absicht dann beim nächsten Voodoo darüber zu streichen. Beim nächsten Voodoo darüber zu streichen. Wie machst du das? Also wenn du dann die Socken angezogen hast und du verlierst dein Voodoo und du gehst hin, machst dann nochmal Voodoo, ganz normal, dann streichst du einfach nur über die Socke. Also wenn das jetzt dein Fuß ist, dann streichst du über die Socke, ja, mit der rechten Hand über den rechten Fuß und mit der linken Hand über den rechten Fuß, über den linken Fuß. Und du machst nur nass, so wie wenn du über deinen Kopf streichen würdest sozusagen, streichst du dann nur einmal von vorne nach hinten, ja. Dann hast du sozusagen Voodoo gemacht. Diesen Zustand kannst du 24 Stunden anhalten lassen. Was bedeutet 24 Stunden? Das bedeutet, ab dem Zeitpunkt, wo du nochmal Voodoo gemacht hast oder über die Socken gestrichen hast, bis zu diesem Zeitpunkt am nächsten Tag kannst du das wiederholen. Das heißt, deine nächsten vier Gebete ohne Probleme oder deine Sundergebete, was du alles machst, freiwillige Nachtgebete, könntest du in diesen Socken ohne Probleme in Shabbat Ha'ala machen. Und das gilt für den Ansässigen einen Tag, für denjenigen, der auf Reise ist, drei Tage. Der kann wirklich drei Tage die Socken so anlassen, damit er auch nicht friert. Das ist eine Erleichterung von Allah subhanahu wa ta'ala, dass man das machen kann, inshallah ta'ala. Und das sind bezüglich die Sachen mit Socken und Mesch. Barakallah fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.